Dieses Spiel hat keine 3 Euro gekostet und damit herzlich willkommen bei Vampire Survivors. Ihr habt das vielleicht schon mal ein bisschen gehört, ich meine ihr kämpft in Wellen, äh die ganzen Wellen da ab von den Gegnern. Level auf, werdet stärker und irgendwann ab der 30. Minute warst du es dann. Die Sache ist, lang wie möglich überleben, Waffen entwickeln, stärker werden. Es macht sehr, sehr süchtig, gerade auch die ganzen Upgrade, was du kriegen kannst. Schaut mal, ich hab garlic jetzt und das, was geil ist, bam, haut dir mal die Flea Mars hier weg. Bam, falls ihr das so nicht gesehen habt, pass auf, bupp, wie ich hier jetzt erstmal schon mal durchrennen. Ja, das ist gerade mal die erste Minute, da gibt's Loot, außer die machen mich jetzt alle. Es kann nicht sein, dass die Flea Mars nur einen Edelstein hat und das ist ein bisschen sad. Ja. Uh, level up, level up, level up. Schaut mal, dadadadadada, au. Egal, kann ja mal passieren, das passiert dem Besten. Und bald wird's interessant, bald wird's interessant, sobald die fünfte Minute da ist, dann wird's richtig interessant. Das sieht jetzt soweit eigentlich echt gut aus. Autsch. Live wär gut, weil live ist live. Give me a level up, level up, level up, give me a level up, level, 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 level. Garik. Na, Skelette brauchen ein bisschen... Ich muss... Ich soll vielleicht mehr auf Knife gehen, weil Knife to meet you... Ah, da. Gessen. Nom. So, wird diese Fledermaus auch mal kaputt gehen in ihrem Leben? Oh, jetzt kommt die Geiste. Da ist der Luchist. Na, jetzt schauen wir mal. Ah. Du kannst bis zu fünf Items kriegen. Ich krieg Garik. Okay, ist jetzt nicht so verkehrt. Ich krieg Garik. Vielleicht ist die Ultimativ, aber sie erleichtert mein Leben gerade ungemein. So, vielleicht das hier noch ein bisschen... Oh, schau's mal an, wie... Au. Na, da, da, da hätt's ja ruhig wegschauen können, wie ich schaden ihm. Jetzt wird's gleich richtig interessant. Wir haben's gleich, die fünf Minuten Marke erreicht. Am besten schau ich, dass ich vielleicht irgendwie an den Rand gleich mal gehe. Weil... Ja, Gott, das ist ein Beta. Wow, toll. Das ist alle fünf Minuten so. Das Einfachste wäre einfach, ich nehme Schaden. Und gehe einfach durch. Ach, das ist Crit. Autsch. Siehst, ich habe nur marginal Schaden genommen. Oh, das war's blöd. Was war das? Das habe ich auch noch nie erlebt. Nochmal zwei. Nein. Nach. Jetzt habe ich gerade gedacht, es kommt... Okay, zweimal mehr Erfahrungspunkte und ein Knife. Das ist okay. Das ist richtig okay. Kriege ich viel mehr Erfahrungspunkte, äh, viele schnelle Erfahrungspunkte, aber ich brauche auch was zum Essen. Aber das ist gerade mit dem Kreuz, das war grad verdammt geil. Zack, bumm, waren alle weg. Siehst du mal, wie lange ich brauche, bis ich den einen da weg habe? War ja ewig dafür, hey. Ich brauche bessere Sachen. Better everything brauche ich hier. Und das irgendwie hinzukriegen. Ja, jetzt kommt die einfache Legende. Siehst, zack, zack. Ich brauche was zum Essen. Schaut es euch meine Energieleiste an. That is not the best. Und ich schieße auch irgendwie grad. Ich hoffe nicht richtig. Wo ist noch was zum Essen? Ich weiß, dass da irgendwo noch was zum Essen ist. Alter, die gehen ja gar nicht down, weißt. Nur mit extremem Beschuss gehen die mal down, weißt. Au. Au. Oh, jetzt wird es interessant. Oh, jetzt wird es verdammt interessant. Ich habe gerade nur noch mal meine Lebenszeit dagegen gesehen. Ich bin fast down for the count. Solange die anderen nicht so zu mir herkommen, bin ich zufrieden. Lass mich mal ein bisschen weg. Das wird jetzt extrem tricky. Das wird extrem tricky für diese Runde. Runde. Okay, level up, level up. Es ist nicht sehr viel HP, was ich jetzt wieder bekomme. Aber es ist etwas. Ich mache viel zu wenig Damage. Seht ihr mal. Ich mache viel zu wenig Damage. Das ist, das ist, das ist, das ist, das ist ein Joke. Das ist, das ist mehr als ein Joke. Gibt ja nicht einen Joke-Slam, ey. Ah, jetzt kommen die, jetzt kommen die ganz großen Fledermäuse. Seht ihr mal, wie lang. Oh Gott, das wird, das wird, das ist eine Katastrophe. Und vor allem, weil ich kein Essen mehr finde. Ich will nur noch was zum Essen. Im idealen Falle, im idealen Falle, so, jetzt nochmal. Gern die eine Fledermaus besiegen. Mit etwas Glück. Dingericht bekommen. Sag schon. Blutchest. Oh weh, oh weh, oh weh. Geht's weg von mir. Glaub ich nicht. Ich will euch nicht. Okay, thanks. Achso, das sind die Schwachen. Nee, das ist schon okay. Au. Das war jetzt nicht okay. Oh, oh, nein. Perfekt. Geht's erstmal da. Okay, da ist nochmal eine. Eins? Ja, nur eins. Okay, Garlic. Ja, Garlic ist okay, ist okay. Da kannst du auch ziemlich, äh, kannst du gut OP werden. Oh, das hat mir grad extrem vergeben. Ich muss mehr zerstören. Ich brauche hier ein Level Up. Ich brauche von mir als Lightning. Und Essen. Ich brauche kein Geld. Oh, jetzt kommen, jetzt kommen nämlich haufenweise große Fledermäuse. Jetzt, jetzt wird's, jetzt wird's interessant werden. Jetzt wird's interessant. Ich bin dafür nicht stark genug, um die so schnell down zu kriegen. Schau dir mal, wie lange ich brauche, um ein. Eine Fledermaus wegzukriegen. So, jetzt kommt die nächste Fledermaus mit, keine Ahnung, hoffentlich Loot. Aber das wird mir nicht sehr viel helfen. Die einzige Sache wäre jetzt, den Kreis zu durchbrechen. Bisschen Schaden nehmen. Ich meine, ich erhole mich ja ganz langsam mit HP. Also ganz, ganz langsam. Das war's aber auch schon wieder. Ist da vielleicht... Nee. Nur Money! Wer braucht denn jetzt gerade unbedingt Money? Okay, jetzt wird's, jetzt wird's interessant. Das heißt, ich nehme bewusst jetzt schnell Damage. Autsch. Kann den Kreis durchbrechen. Der volle Durchbrecher hier. Das wird jetzt eine Katastrophe. Weil der hier, der Kollege, der kann mich wahrscheinlich jetzt mit einem Sweep wegmachen. Wenn ich nicht aufpasse. Das ist halt... Alter, hey. Das ist einfach nur noch unmenschlich gerade. Ich glaube, ich habe hier auch falsch gelevelt. Sehr falsch gelevelt. Hätte mich besser machen können, da bin ich jetzt selbst schuld. Wow, Money. Wow, zehn Goldstücke. Woo! Als ob ich das gerade nötig habe! Oh, Skelette. Aber ich kann einigermaßen dadurch einigermaßen kann ich hier durch die Skelette. Es ist aber eine Sache für sich. Oh, King Bible. Jetzt kriege ich jetzt die King Bible! Wow! Wieso so spät? Oh, Glück. Die King Bible hätte ich viel früher braucht. Das sind viele Gegner, by the way. Will ich nur mal so erwähnen. Was ich kann zu einem gewissen Grad dann schon durch hier. So, jetzt erst mal dich mal... Alter, ich will doch dich jetzt nur noch legen. Das ist alles, was ich heute will. Bin für die Werbung für definitiv gerade zu schwach. Zu schwach bin ich. I tell you! Was mache ich hier eigentlich gerade? Wieso gehe ich so blöd gerade? Oh, Jesus. Das war jetzt ein Fehler. Das war ein Fehler. Aber lasst es uns gut sein. Spiel für unter 3 Euro. Sehr geil. Wenn ihr hier klickt, gibt es auch noch ein kleines, nettes Spiel. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Man sieht es im nächsten Video wieder. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.